So, hallo Leute, willkommen bei Need for Speed, Must Wanted, Part 2 und ich mache sofort weiter. Du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hole ich mir deine Karre, dann hole ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Gegen meinen BMW hast du keine Chance. Was hab ich gesagt? Oh, ich seh nicht. Die Sonderblendet. Ah, jetzt zieh ich wieder aus. Tja, besser. Aber der Mogul, der... Und deshalb hat der eine Person gefragt, ob man Schorn ist ja oder so. Na, wie läuft deine Karre? Na, wie läuft deine Karre? Oder läuft deine Karre? Die haben irgendwas gemacht und dadurch verliere ich Öl. Ja, jetzt kommt die Kops auf. Und wer ist hab ich überholt? Da sind die Kops, hallo? Ja, jetzt kommt die Kops auf. Und wer ist hab ich überholt? Da sind die Kops, hallo? Ja, also wir sind auf. Na, ich habe es verschwunden. Ja, na, ich habe geschaltet. Da sind die Kops. D �werger, die haben sich gerade aufgepragt. D �werger, die haben sich gerade aufgepragt. Wir brauchen hier Einheiten. Und, whoops! Und, Schür, wie in dieser Trauer. Vertraue, 3-1. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ich hab das Gebiet ab und ich hab ihn verloren. Ja. Das ist bescheißig. Egal. Der leckt da eigentlich. Dann laufen wir im Grunde aus. Egal. 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 Wie's nochmal zu groß. Hey, wo bleibt denn die Kohler? Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werd sie jetzt erst mal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen. Die Gewinner sind doch hier drüben. Kuss! 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 Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Einige Zeit später. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Na ja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razer hat dich gelingt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey, Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gewusst. Ja, ja, jetzt habe ich mir ein Outro ausgesucht. Und die Auswachen. Chef Roulette Kobalt SS. Diesen Wagen wirklich kaum mehr. Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt hab. Wir treffen uns dort. Wissler ich mir. So, jetzt habe ich mal das Aufwärmert, was alte Autos ist weg. Kann man nichts machen alle Leute. Du mein Wester, aber den pack ich nicht hin. Aber den pack ich nicht. Er wird zwar dauern, aber um die Zeit will ich weg. Komm her, kleine. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017